Die ersten 12.80 plus Picks bei mir, rein da, zack, guck mal, direkt ein Tor-Genius, direkt schon mal ein guter Anfang, 4 zur Auswahl ist echt eine Menge, muss man sagen, da sag ich gar nichts mal gegen, oha, 87er, geil, so nämlich, dritter, Kai Abi, auch sehr gut, passt aber, 84er ist auch noch okay, ja, spitze, oh ne, sehr gut, passt, und 3 noch, auf geht's, strafft euch, neben Form, nimmt man auch immer mal wieder mit, gut, keine Einwände, erstes Team geben wir ab, das wird ein bisschen schmerzhaft, der Rest sollte eigentlich nur Gold mehr sein, aber das ist schon mal das Teuerste, paar Showdown-Karten, die ich erst später gemacht habe, für Fodder, Traxler und Temmi spiele ich sowieso, gefühlt nie wieder, und Origi, ja, es gibt halt jetzt Weh raus, dann kann ich den zocken, ist halt eine 89, ist okay, Eis, kalt, auf und vorbei, zack, ja, das haben wir schon mal, easy, so, 85 plus, können wir, glaube ich, auch noch einmal machen, leider, sonst hätte ich den nochmal gemacht, gucken wir da mal rein, ähm, war alles anstellt, deswegen ist das eigentlich so ein, so ein kleiner Bonus, Schau mal, 4 zu außer, 85 plus, yay, komm, Alter, komm, strafft euch mal, packt mal da so eine Hero-Karte rein, so ein Dinatale, Ja, ich weiß ja jetzt nicht, ob das so gut war, ich glaube nicht, hallo Modric, cool, nice, 12 weitere Pics, rein da, gib mir mal so eine Käpt'n-Karte hier, ja, Karasko und Silber, das fängt ja spitze an, direkt schon mal wieder ein Duplikat, Nächster, ein Inform, Inform sind eigentlich immer gut, ne, ja, schon, Guerrero und Di Maria, na, immerhin, immerhin noch ein Di Maria und ein Jorginho und viele 84er, ein Inform, aber trotzdem, trotzdem keine, keine gute Auswahl, finde ich, Nächster ist BZ, fertig, Di Maria, Bailly, Grießmann, ja, klar, Kisi hat ein bisschen was gekostet, aber Komm, Grisi, der kriegt bestimmt ein 98er-Totz-Kappa, rein da, alles für ein gutes Moments-Pack, alles für ein gutes Moments-Pack, dann nochmal 13, dann bin ich jetzt bei 37 Pics, 24 haben wir schon gemacht, gucken wir mal, so ein 90er wäre schon ganz gut, 85er ist auch in Ordnung, speichern wir den mal, jetzt haben wir noch eine Seite, auch hier wieder einen maximalen 85er, ist nicht gut, ja, klasse, ist ja spitzenmäßig, ist ja spitzenmäßig gewesen hier, Kane war ein geiler Typ, haben wir zum Team of the Year gemacht, viel gespielt habe ich den, hat er echt Bock gemacht immer, der war, der war echt ein guter LZM, gute Karte, haben zwar sehr wenige gemacht, weil er echt teuer war, ich musste den machen damals, aber es war echt ein geiler Typ, sag ich ehrlich, von den Karten bisher tut er mir am meisten weh, aber okay, ich habe den jetzt die letzten Monate auch nie gespielt, Kane war, Kane, Kane war klasse, guck mal, dafür ziehen wir jetzt ein richtig krankes Pack, seht ihr, hat sich voll gelohnt, nehme ich einen großen, der ist bestimmt 800 Münzen wert, oha, auf geht's, oha, easy, forder, forder, wir können an Saldis helfen, das ist ein Zeichen, an Saldi muss, muss für immer bleiben, an Saldi bleibt für immer, Freunde, das ist ein Zeichen, EA gibt uns ein Zeichen, so, letzter SPC ist durch, an Saldi konnten wir noch safe, in Muni gehen, geht der Hälsch wieder baden, den hatten wir gerade aus dem allerletzten Pick, Foden, Vereinslegende, aber, ähm, ja, den kann ich zur Not kaufen, und Neymar, der, der Goldene kostet 70k, also wer deswegen rum, rum, rumheult, der weiß ich aber auch nicht, ich ziebe halt einfach den Totz Neymar, oder jetzt ein Ronaldinho auf dem linken Flügel, da würde ich mich sehen, also, es ist auch wahrscheinlich das Einzige, was ich diese Woche mache, auf dem Account, ich versuche auf dem Zweiten vielleicht noch eins zu machen, aber, ähm, ja, schauen wir einfach mal, das Gute ist, ich kann nicht gebrochen, nicht Hammer gebrochen werden, weil letzte Woche war es schon deutlich teurer, letzte Woche oder vor zwei Wochen, diese 92 Plus Dinger kosten fast das Doppelte, und ich habe daraus immer Primes gezogen, jetzt kostet es nur die Hälfte, und ich ziehe auf jeden Fall in the moment, also, ich sage euch ganz ehrlich, ähm, das, das muss schon besser werden, wie beim letzten Mal, na, gucken wir mal, auf geht's, kurz und schmerzlos, I can Momente Pick, komm schon, gib mir einen guten hier, strafft euch, bitte, 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 strafft euch, oh mein Gott, bitte, let's go, Euse, oh mein Gott, na, der allerbeste, EA Sports, ich liebe euch, ich habe mich noch nie so mal peck gefreut, oh mein Gott, mein Lieblingsspieler, oh mein Gott, ich wollte keinen anderen außer Euse, oder, die hätten wir nicht mit R9, oder so um die Ecke kommen können, oh mein Gott, mein Digga, das ist doch gerade ein Video, was ich abspiele, oder, hat mich noch nie so gefreut, ich sage es nicht ehrlich, das letzte Mal, dass ich mich in FIFA so gefreut habe, war, als Hund in der Pfundbewerke rauskam, sie geben mir den Allerbesten, sie geben mir den Allerbesten, ich sage es euch immer wieder probieren, irgendwann kommt es Lack, Guck mal, jetzt einfach Duplikat, guckt es euch an, das ist einfach Duplikat, das ist die einzige Karte, die ich immer spielen wollte, weil es meine Lieblings-Icon ist, guckt es euch an, und wenn mich jetzt hier voll labert, ich habe mit dem schon 4 Millionen verloren, 194 Spiele, ich habe ihn einfach geliebt, ich liebe ihn immer noch, jetzt haben wir ihn als First Owner, lol, wie random ist das denn, jetzt habe ich einfach 4 Millionen plus gemacht, das ist so gut, also natürlich würden jetzt Leute sagen, ich habe 4 Millionen verloren, für mich habe ich 4 Millionen gewonnen, und damit kann ich noch mehr Packs und so mit euch machen, auch für Tots, für mich zum Content ist das sehr big, weil da habe ich eine Menge verloren, Alter, wie geil, ich freue mich so hart, wirklich, heute freue ich mich wirklich richtig hart, das merkt ihr glaube ich auch, ich hoffe ein paar freuen sich mit mir, wir haben so viele Icon Packs die letzten Wochen gehabt, die waren alle so scheiße, geil man, einfach den Häusen gepackt, Junge, wie sick das ist, Hilfe, wir sind da, aber ich ehrlich, plus minus null, mit den ganzen Icon Packs, die ich da gemacht habe, wo ich die 4 Millionen verloren habe, wahrscheinlich plus minus null, kann ich Ronaldinho kaufen? Das ist die erste Frage, die ich mir hier stelle, ich jetzt eben für 4,2 Millionen verkaufe, und ich alles, was ich habe, noch wieder verkaufe, dann kann ich Ronaldinho kaufen, oder? Als ZOM, hinter Mbappé und Eusebio, und ich habe, wo wir hier in der ersten Seite tiefe, gleich, da jetzt wieder. oder? Oder? Also,